Herzlich willkommen zu unserem Shop-Video. Ich merke es in letzter Zeit, dass von den Shop-Videos die Aufrufe immer weiter runter gehen und dass eigentlich kaum mehr Leute schauen. Und da wäre es jetzt natürlich interessant zu wissen, ob das Ganze irgendwie nur an den Ferien liegt. Und von denjenigen, die die Shop-Videos schauen, schauen die jetzt das nur, um mich ein bisschen zu supporten oder schauen die meisten das wirklich um den Shop am Ende auch zu sehen. Das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ansonsten, wenn vielleicht alle jetzt während den Ferien so oder so den Shop selbst sehen können, dann kann ich auch erstmal für die Ferien eine kleine Pause mit den Shop-Videos machen und danach wieder beginnen. Dafür wäre es allerdings ganz, ganz wichtig, dass sehr, sehr viele Leute bei der Community-Tab-Abstückung mitmachen und da würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dort so über 20 Stimmen hinbekommen würden. Wäre es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das werde ich auch nochmal in der Video-Uberschreibung verlinken. Da kommt dann direkt hin und ich würde sagen, schauen wir uns mal direkt den Item-Shop an. Dort haben wir heute von gestern natürlich den Black Manta-Skin noch drin. Falls ihr es nicht wusstet, gestern kam der Aquaman-Skin raus. Der kam ja aus der DC-Reihe und ähnlich wie letztes Season schon mit dem Deadpool-Skin kamen natürlich auch aus der DC-Reihe jetzt andere Skins raus. Und wir haben jetzt eh mal den Black Manta-Skin. Der kam wie gesagt gestern um 15 Uhr raus. Werden wir uns allerdings am Schluss anschauen. Wir beginnen mal ganz auf der linken Seite. Dort haben wir einmal den Sonfugger-Skin. Der hat mittlerweile ja auch einen neuen Stil. Ich weiß gar nicht wann er reinkam, aber ist glaube ich auch schon seit zwei Wochen oder drei Wochen tatsächlich im Game drin. Wir hatten ja nur den Standard-Ziel und der Ziel ohne Maske. Und jetzt können wir beide Stile auch nochmal in so lila bekommen. Und das sieht eigentlich auch echt ganz nice aus. Und ich finde gerade bei der weiblichen Version sieht das deutlich besser aus als der Grundstil. Dazu gibt es dann natürlich auch noch dieses Backpack. Das ist jetzt natürlich auch in diesem zweiten Stil verfügbar. Und genau das gleiche gibt es natürlich auch hier bei der Männchen-Version, dem Hypno-Skin. Hier finde ich allerdings, dass es echt ziemlich shit irgendwie aussieht. Also da finde ich die normale Version deutlich, deutlich besser. Allerdings wie gesagt, die weibliche Version ist echt ziemlich nice, finde ich mit dem lilanen Stil. Dann haben wir die Axtech-Spitzhacker dazu und den Sonnenaufgang-Gleiter. Hier gibt es leider noch keine anderen Ziele. Wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr nice, wenn wir das hier noch hinzufügen könnten. Dann haben wir als nächstes den Rack-Skin, den Dino-Commando-Skin, dazu die Rotschuppen-Lackierung und dann noch die Dino-Lackierung. Dann haben wir noch den Zündkerzen-Künstler-Skin, dann den Endlos-Rati-Mode. Dann noch den Hitz-Kopf-Mode. Als nächstes dann noch den Flamingo-König, dann den Rasenbrecher-Spitzhacker und dann den Setz-Dich-Doch-Rati-Mode. Dann haben wir noch natürlich in den Sonnenangeboten, einmal den Black-Manta-Skin. Finde ich persönlich ziemlich hässlich, um ehrlich zu sein. Das Backpack ist auch reaktiv. Wahrscheinlich wird sich hier irgendwie hinten dieses Rote aktivieren. Ich weiß allerdings nicht genau, steht hier mal wieder nichts dabei. Finde ich eigentlich immer sehr schade, wenn die reaktive Sache dann nicht beschrieben wird. Dann haben wir noch die Manta-Klingen dazu. Die finde ich im Gegensatz zum Skin, ehrlich gesagt, ganz nice eigentlich. Dann haben wir noch den Safari-Skin, dort einmal ein Standard-Ziel und ein Ziel ohne Hut. Und dann noch den Morgenstern-Klingen als Spitzhacken dazu. Und wie ich es gestern schon gesagt habe, wurde der High-Skin durch den Takida-Skin ersetzt. Das heißt, den haben wir jetzt auch für ungefähr die nächsten vier Tage im Shop. Das war es dann auch schon mit dem Heute-Geschaut-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.